... noch weiter in dich dringe. Aber Anja, ich glaube, es gibt ja momentan sowieso auch noch jemand anderen, für den du schwärmst, oder? Ja, ich bin im Moment, ich meine, ich musste mich ja neu orientieren, konnte ja nicht so weitergehen. Genau, acht Jahre sind genug. Ja, genau, irgendwann muss man immer sagen, das reicht. Und wir haben uns ja dann auch nochmal getroffen. Und da war er halt gerade mit seiner neuen Freundin zusammen. Und ich bin dann auch keiner, der dazwischen geht oder so. Also es ist nicht mein Ding. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ist hier Schluss, jetzt nicht mehr weiter. Und dann, ja, bin ich dann halt so rumgezogen. Und dann irgendwann hat es sich schon so ergeben, dass ich mich wieder neu verliebt habe. Der ist Musiker, glaube ich, oder? Ja. Der spielt bei so einer komischen Gruppe, oder? Die heißt Jaded Hard, kann das sein? Ja. Ich glaube, ganz zufällig spielen die heute auch noch bei uns. So ganz, ganz, ganz gut. Das ist ein bisschen viel, aber es ist auch nichts davon. Anja, komm in meinen Arm. Anja, komm in meinen Arm. Du kriegst es heute ordentlich ab, oder? Ja, ich glaube auch. Wir wollten eigentlich nur nett zu dir sein. Ja, ich glaube, das Schamröte ist mir jetzt besonders. Nein, überhaupt nicht. Du hast noch nicht meine Hautfarbe erreicht. Deswegen kann ich auf dieser Stelle erstmal rügen. Michael, hast du denn gewusst, dass hier auch noch ein Herzchen, ein ganz besonderes, in deine Richtung schlägt? Nein, ihr habt es sehr geschickt eingeschädelt. Ich wusste davon nicht auch nichts. Du musstest gar nichts? Nein, gar nichts. Aha, und wie fühlt man sich so, wenn man hier seinen Fans direkt gegenübersteht? Es ist ein schönes Gefühl, auf jeden Fall. Michael, geh zu Jaded Hard. Wir hören einen Song, der heißt Where Did Our Love Go? Also das passt sogar noch zum Thema. Ein bisschen, ja. Und ich darf mich verabschieden mit einer ganz kurzen Abmoderation für all diejenigen, die vielleicht ein bisschen Liebeskummer haben. Meine Güte, da muss jeder durch mit Schokolade trösten. Ich bin froh, dass ich an dieser Stelle kein Liebeskummer habe, denn sonst würde mein Hintern noch größer werden. Deswegen sollte ich vielleicht ein bisschen mehr shaken und das mache ich jetzt bei Jaded Hard. Where Did Our Love Go? Danke, Sie sind sehr gut. 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 Spannungsgeladen geht es weiter. MacGyver kommt und wieder geht es richtig rund. Danke, Sie sind sehr gut. Danke, Sie sind sehr gut. Danke, Sie sind sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020